Hallo und herzlich willkommen bei Red Rock Game Build. Ich bin heute auf die Hand nach dem Ticket und heute habe ich das Spiel AFK Arena. Viel Spaß! Und los geht es, AFK Arena. Ich habe hier erstmal die eine Werbung, drei Tage lang gratis den neuen Helden. Zeit läuft. Okay. Oh, schon lange nicht mal gespielt. Was ist viel? Das ist viel. So. Dann werde ich mal die Mails erstmal alle einsammeln. Und dann werde ich... Ich mache heute nicht die roten Punkte. Ich werde direkt die Dailies machen. Um rechts sind die Queste. Tagesquest. Beginne einen Kampf. Der neue Held ist stärker, wie mein alter Held. 100, 100, 100, 97, 80. Das war meine... Oh. Ich werde jetzt eins verschalten. Mein 80er-Held war ja gleich der Anfang gestorben. Tivanga hier wie wenig seine Energie nur aufgeladen worden ist. Und... Und... Ja. Down war er. Ach. Ich würde gar nicht kämpfen. So. Quest 1. Abgeschlossen. Steige dein Heldenlevel einmal. Okay. Das machen wir doch gerne. Hier wollte glaube ich... 100 werden. Wo stand hier das da? Level... 900. Hmm... Level 1. Hmmm... Wie fühltes Pulverding...? Ok. Das Pulverling, das fehlt mir. Das war hier nochmal. Einstellungen. Ok. Kann man hier raus? Escape? Nein. Ach, hier auf Feldzug war das. Schon so lange nicht mehr gespielt. Sammle zweimal Beute ein. Das wäre dies hier. Da warten wir nochmal ein bisschen mit. Verbessere deine Rüstung einmal. Dann verbessern wir doch die Rüstung von hier. Stern, Stern, Stern. Schon alles einmal aufgerüstet. Man mag die hier. Automatische Auswahl. 50 Stück für eine Verbesserung. Nicht schlecht. Feldzug. Schenke einem Freund einmal Kameradenpunkte. Ok. Senden erhalten. Dann haben wir jetzt. Nutze die Funktion Blitzbelohnung einmal. Speed. Sogar 2 Grad fertig gehabt. Beschwöre einen Helden in der Taverne. Dann gehen wir mal in der Taverne rein. Unterschreiben. Da sind wir wieder. Die Stick war kurz abgeschmiert. Ok. Beschwöre einen Helden in der Taverne. Gut. Da brauche ich ihn mal draufdrücken. Und ich muss beschwören. Ich habe 6. Also einmal. Den habe ich schon. Vielleicht mal auf den anderen schauen. Ich habe keine Herzen. 8 habe ich. 2 fehlen. Ich habe keine Rakete. Und da war ja gerade ein Beschworen. Dann gehen wir also weiter. Beginne einen Kampf im Königsturm. Komm, wähle mal den neuen. Da habe ich noch keinen Heiler mehr. Hat der was gemacht, der neue? Muss man gleich mal auf den Zeitlub anschauen. Das Video. Das ging so schnell. Boah. Wir haben schon alle fertig. Nimm einmal an den... einer Gehlenjagd teil. Ich stoppe aber auch gleich hier. So. Jetzt werden wir sehen, was der macht. Und zwar noch keine 10 Minuten, die ich gespielt habe. Schon fertig. Nice. Die Dailies bei den Spielen sind schnell gemacht. Also noch nicht. Ne? Deine, ich habe nicht alles gehört. Aber ich muss das, was der andere ist, was der andere ist. Und das kommt immer noch an. Und das ist viel weitergerätig. Ihr ist viel weitergerätig. Aber ich habe nicht gehört. Oh, Zeit abgelaufen. Nice. Dann haben wir noch Beginn an einem Kampf in einer Arena. Arena. Arena der Heldin. Herausforderung. Und wie stark war meiner denn jetzt? Meine Kampfkraft ist 58.000. Voll wenig. Kau mal, das hat 14 Billionen. Die Platz Nummer 1. Den könnte ich besiegen. Der 2.000. Na. Warte mal. Der 2.000 K. Ich glaube, den könnte ich besiegen. Okay. Ich freu ihn. Super. und beginne drei einsatz in quest ok also muss meine abholen ich brauche ein legendären legendären sieht er auch als legendär nein kann ich die quest ja gar nicht schon machen ist das geht ich brauche zwei ganz unten an was habe ich denn hier da eins und jetzt zwei lila 1 2 senden die nächste quest war erst bei den schwächsten das ist der hier 1 2 und senden schon wieder ist gleich ich glaube die habe ich gar nicht mehr das muss ich brauche noch mal den grünen da perfekt und hier das soll jetzt egal grüne grünen habe ich nicht der letzte der und ja super erste kann ich gar nicht machen ich habe kein legendären kämpfer und noch kein freund für mir helfen ja das waren jetzt alle quest jetzt sammle ich in ruhe die truhen ein ich glaube es war noch keine zehn minuten problem ist das spiel ist einmal abgestürzt und dann muss man für 90 minuten spielen den lilanen staub haben ich kann einem geschwören das sind noch ein paar tun ich brauche den staub ich brauche den staub da sind noch zwei drohen oh warte mal da ich für nächstes mal auch noch schrifträume um zehn stück zu beschwören so shit da wird die truhen normalerweise zack und ich glaube nicht die diamante noch die diamanten was soll ich das nehmen kommt zack gold gold das auch mit wir benutzen einfach fast alles hier das kann man ja nicht benutzen das dreck ich brauche nicht da habe ich jetzt zehn für nächstes mal vielleicht ist ja morgen das spiel wieder dran ja und das war's alles einsam ja schon mal städtchen dann schauen wir mal schnell die roten punkte nach bis 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 Gratis habe ich schon bei denen, aber ich würde mir noch sagen, ach da, oh ok, da ist noch etwas, ok, was haben wir hier noch, die Vets, was ist, tägliche, stop, du, ich darf 26 aufdecken jawohl Guck mal. Ich habe keinen Drain, ich kann nicht mehr weiterspielen. Na gut. Meine Riesengilde, 1, 2, 3, Red Dog, Red Bartok, mit denen spiele ich jetzt gerade, mit Red Dog komme ich nicht mehr online. Der neue Spieler, keine Ahnung. Ich muss hier noch einen Daumen abgeben, glaube ich. Wer unterstütze ich? Kill Beerus, das ist mir so brutal. Kill Beerus, Kill Beerus, Kill Beerus, Kill Beerus. Es gibt auch gute Russen. Das sind nicht alle böse. Hm. Okay. Keimesvolles Lappen. Ach nee, nicht das. Ich dachte mir immer so lange. Okay. Okay. Aber dann oder zwei. Bauche ich gleich zu nehmen? Okay. Genau. drown. Ja. gleich habe ich alles fertig da ist noch ein roter punkt da ist noch ein roter punkt dort war es dann hier noch eine schöne zeit hier auch noch lesen interessant interessant und wieder zurück nein fertig ich glaube jetzt haben wir alle da ist noch was ja okay das wollte ich aufheben also das das mal amin 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 Annehmen, annehmen, annehmen und gleichfertig. Ja, hier ist noch die Taverne. Shit wird mal wieder aktualisiert. Klar, hier kommt wieder einer was reingeschrieben. Ein bisschen kriegen wir den roten Punkt nicht weg. Gut, dann würde ich mal sagen, das war's für heute. Dann möchte ich das Spiel beenden. Ich hoffe, die 10 Minuten sind schon vorbei. Okay, und dann sage ich mal Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß und auf Wiedersehen. Tschau. 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 Tschau.